Aufgabe 7. Berechnen wir als möglich das folgende Integral. Integral von 1 durch Wurzel x hoch 3 dx in den Grenzen von 1 bis unendlich. Herzlich willkommen bei Mathematik. Wir formulieren das Ding erstmal wieder als Grenzwert. Wir nehmen als obere Grenze b, lassen die gegen unendlich laufen und schauen mal, was mit diesem Integral hier passieren würde. Nähert sich das einem Wert an oder nicht? Ja, und 1 durch x hoch 1 durch Wurzel aus x hoch 3 schreibe ich als x hoch minus 3 halbe. Dann kann ich daraus eine schönere Stammfunktion machen. Ich erhöhe minus 3 halbe um 1. Minus 3 halbe plus 1 ist minus 3 halbe plus 2 halbe ist x hoch minus 1 halb. Als Kehrwert schreibe ich minus 2 davor. Habe ich hier eine schöne Stammfunktion. Pausier gerne das Video immer, wenn du sagst, war mir zu schnell oder so. Versuch das nochmal nachzuvollziehen. Du kriegst das hin, pausier das Video ruhig. Kein Problem. Grenzwert bleibt stehen, Grenzen bleiben auch stehen. Wo waren wir? Wir wollen Step 3 anwenden. Bilde die Differenz Groß F von B minus Groß F von A. Wir setzen also B und A ist in dem Fall 1 hier ein und bilden dann die Differenz. Minus 2 mal B hoch minus 1 halb minus minus 2 mal 1 hoch minus 1 halb. Eine A ist 1. Und dann rechnen wir das aus. Das ist hier nicht so kompliziert, weil minus 2 mal 1 hoch minus 1 halb. 1 hoch irgendwas ist immer 1. Dann haben wir minus mal minus ist plus. Dann haben wir also plus 2. Den Ausdruck hier können wir noch umschreiben als minus 2 durch Wurzel aus B. Da klatschen wir jetzt mit dem Grenzwert drauf. Minus 2 durch irgendwas sehr, sehr Großes geht gegen 0. 0 plus 2 ist 2. Das uneigentliche Integral ist ja ein Grenzwert. Dieser existiert hier und hat den Wert 2. Also das uneigentliche Integral existiert, hat den Wert 2 zauberhaft. Schauen wir noch in die Grafik hinein. Hier ist der Graph der Funktion 1 durch Wurzel aus x hoch 3. Und wir fragen jetzt nach der Flächenbilanz zwischen dem Graphen der Funktion und der x-Achse. Zwischen 1 und einer rechten Grenze, die wir immer größer und größer werden lassen. So, und je weiter wir hier auf der x-Achse nach rechts gehen, also je größer diese rechte Grenze wird, desto stärker nähert sich das bestimmte Integral dem Wert 2 an. Es gibt also einen Grenzwert für diese blaue Fläche und der ist 2. Dieses Flächenstück wird nicht größer als zwei Flächeneinheiten. Es wird nicht größer als zwei Flächeneinheiten. Geht nicht darüber hinaus. Je nachdem, wie weit rechts wir b ansetzen, desto näher ist dieses bestimmte Integral eben an diesem Wert 2 dran. Aber es wird diesen Wert 2 eben nicht übersteigen. Das funktioniert nicht. Der Graph der Funktion nähert sich ja asymptotisch an die x-Achse an. Das heißt, die Flächeneinheiten, die dazukommen würden, wenn wir die Grenze immer weiter nach rechts verlegen würden, die werden immer kleiner und kleiner. Irgendwann unendlich klein, sodass wir irgendwann im unendlichen, unendlich dicht quasi an der 2 dran sind. So ist hier die Vorstellung. Dieses bestimmte Integral hat einen Grenzwert. Der liegt bei 2. Das uneigentliche Integral existiert. Der Grenzwert existiert. 2. Merkt ihr die vier Steps? Die brauchen wir auf jeden Fall, um so ein uneigentliches Integral zu berechnen, falls das geht. Und übe gerne die Steps noch an diesen Videos. Ich verlinke sie dir. Ich wünsche dir viel Spaß beim Besserwerden. Wir sehen uns wieder. Alles Gute. Dein Rick. Dein Rick.